Kevin Dennis Kourani Rodriguez ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2015 16. bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht. Der Stürmer bestritt 52 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Herkunft Kevin Kouranis Urgroßvater stammt aus Dänemark, sein Großvater aus Ungarn, seine Mutter aus Panama und sein Vater aus Frankreich. Kourani selbst ist in Brasilien geboren, wuchs in Panama auf und hat drei Staatsbürgerschaften. Die brasilianische, die panamasche und die deutsche Kourani, dessen Vater im Raum Ludwigsburg aufwuchs, lebte bis zu seinem 16. Lebensjahr in Lateinamerika. Kouranis Name wird in den deutschen Medien nur in den seltensten Fällen wie im Ungarischen üblich als Koura-Ni, mit Betonung auf der ersten Silbe. Ausgesprochen Karriere Über die Vereine Serrano FC Petropolis und Las Promessances Panama kam er 1997 zum VfB Stuttgart, mit dem er 2003 deutscher Wiesemeister wurde. In der Saison 2003-04 wurde sein Verein vierter und erreichte das Achtelfinale der Champions League. Zur Saison 2005-2006. wechselte Kourani zum Liga-Konkurrenten FC Schalke 04, bei dem er einen bis zum 30. Juni 2010 gültigen Vertrag unterschrieb. Der Transfer brachte dem VfB Stuttgart eine Ablösesumme in der Höhe von 7 Millionen Euro ein. Im August 2005 gewann er mit Schalke den Liga-Pokal und erzielte den 1-0-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart. Mit Schalke wurde er in der Liga erneut Vierter und erreichte das UEFA-Pokal-Halbfinale. Im Mai 2007 wurde Kourani zum zweiten Mal in seiner Karriere deutscher Wiesemeister. 2008 erreichte er mit Schalke das Viertelfinale der Champions League. In der Saison 2007-08 erzielte er den ersten Vierer-Pack seiner Bundesliga-Karriere. Beim 5-0-Sieg am 15. April 2008 gegen Energie Cottbus markierte Kourani die letzten vier Treffer. Am 6. Dezember 2009 erzielte er mit seinem Treffer zum 1-0 gegen Hertha BSC sein 100. Bundesliga-Tor. Mit seinem 10. Saisontor am 23. Januar 2010 gegen den VfL Bochum erzielte Kourani in acht aufeinanderfolgenden Spielzeiten eine zweistellige Anzahl-Saisontreffer. Dies haben in der Geschichte der Bundesliga bis heute nur zwei Spieler übertroffen. Gerd Müller und Manfred Burgsmüller. Mit insgesamt 71 Bundesliga-Toren liegt Kourani hinter Klaus Fischer, Ebbe Sand und Klaas-Jan Huntela auf Platz 4 der erfolgreichsten Schalker Bundesliga-Torschützen. Sein Vertrag mit dem FC Schalke 04 lief zum 30. Juni 2010 aus. In der Sommerpause 2010 wechselte Kourani zum russischen Erstligisten FK Dynamo Moskau. Sein erstes Pflichtspiel für Dynamo Moskau bestritt Kourani am 31. Juli 2010 beim 1-1 im Heimspiel gegen Krölya Sowetha Samara. Sein erstes Tor erzielte er am 14. August 2010 in seinem zweiten Spiel beim 1-1 im Auswärtsspiel gegen Zenit St. Petersburg mit dem Treffer zum 1-0 in der 26. Minute. Eine Woche später traf er im Spiel gegen den Stadtrivalen Lokomotive Moskau erstmals doppelt. Bis zum Ende der Saison traf der Stürmer regelmäßig. Die Dynamo-Fans wählten ihn zum Spieler der Saison. Laut russischen Medien verdiente Kourani in Moskau 5.7 Millionen Euro und war bis zum Wechsel von Samuel Eto in die russische Liga der bestbezahlte Fußballspieler Russlands. Nachdem er seinen Vertrag nicht verlängert hatte, kehrte Kourani in der Sommerpause 2015 nach Deutschland zurück und hielt sich zunächst beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken fit. Am 24. Juli 2015 schloss er sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Er erhielt einen bis zum Ende der Saison 2015 16. gültigen Vertrag. Sein Pflichtspieldebüt gab er am 9. August 2015 bei der 0-2-Niederlage gegen den TSV 1860 München im Erstrundenspiel um den DFB-Pokal mit. Einwechslung für Tariq El-Yangoussi in der 62. Minute. Sein bis zum Saisonende 2015 16. gültiger Vertrag wurde nicht verlängert. Kourani ist entschlossen, seine Karriere noch nicht zu beenden. Nationalmannschaft Sein erstes Länderspiel in der deutschen Nationalmannschaft bestritt er am 29. März 2003 beim 1-zu-1 im Frankenstadion in Nürnberg. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen. Kourani nahm mit der deutschen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2004 in Portugal und im Jahr 2005 beim Konföderationen-Pokal in Deutschland teil. Vom damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann wurde er jedoch nicht für die WM 2006 nominiert. Am 7. Februar 2007 gab er beim 3-zu-1-Sieg im Testspiel in der Düsseldorfer Multifunktionsarena gegen die Schweiz sein Comeback in der Landesauswahl. Und traf zum 1-zu-0. Beim 2-zu-1-Sieg im IM-Qualifikationsspiel im Stadion Lettner gegen Tschechien am 24. März 2007 erzielte er beide Tore für das deutsche Team. Am 28. März 2007 lief Kourani im Freundschaftsspiel gegen Dänemark in der MSV Arena in Duisburg erstmals als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auf. Für die EM 2008 wurde er vom Bundestrainer Joachim Löw ins deutsche Aufgebot berufen. Im Finale gegen Spanien wurde der damals 2-6-Jährige eingewechselt. Beim Spiel in der WM-Qualifikation am 11. Oktober 2008 im Westfalenstadion in Dortmund gegen Russland, bei dem er lediglich auf der Tribüne saß, reiste er noch vor der zweiten Halbzeit eigenmächtig zurück nach Hause. Löw informierte Kouranis Verein und entschied ihn nicht mehr zu Länderspielen zu berufen. Für die Nichtberücksichtigung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 sei laut Löw dieser Vorfall jedoch nicht mehr ausschlaggebend gewesen. Vielmehr habe Kourani aus taktischen Gründen nicht in die Nationalmannschaft gepasst. Somit blieb der 52. Länderspieleinsatz am 6. September 2008 sein, bis dato letzter für die DFB-Elf, für die er 19 Treffer erzielt hatte. Erfolge DFB-Junioren-Pokal Deutscher Vizemeister DFL-Liga-Pokalsieger Vize-Europameister 2008 mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Privatleben Kourani ist seit dem 26. Mai 2007 mit seiner langjährigen Lebensgefährtin verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. Soziales Engagement Seit 2013 engagiert sich Kourani bei Show Racism The Aid Card Deutschland TV und beteiligte sich an der Kampagne Unsere Elf gegen Rassismus.